Hallo und herzlich willkommen hier zu vlog am samstag der ersten folge im jahre 2016 an diesen ja etwas kalten morgen möchte ich euch hiermit begrüßen vorweg möchte ich noch etwas loswerden und sprich an meine treuen abonnenten und meine zuschauer vielen dank mittlerweile haben wir das letzte kleine ziel fast erreicht das fehlt nicht mehr viel schon mal danke dafür auch wenn ja dafür dass er mich unterstützt und meine sachen anschaut das motiviert mich immer wieder weiterzumachen vielen vielen lieben dank an euch das muss jetzt mal loswerden ja ansonsten bleibt noch zu sagen dass wir jetzt erstmal zu den news kommen und dann gibt es noch nachher noch eine kleine ankündigung zum thema vlog am samstag da welchen auch gerne was loswerden aber wie gesagt erstmal kommen wir zu den news so und zwar die erste news betrifft rüst oder rust wie auch immer was aussprechen mag geht es darum drei millionen verkäufe 29.000 spieler zu spitzenzeiten rüst ist so ein early access spiel momentan scheint es wieder aufwärts zu gehen für die die entwickler berichten halt von drei millionen verkauften exemplaren und stolzen 29.000 aktiven spielern zu den spitzenzeiten ja ist cool also nicht schlecht ist okay also wenn ich das wiederholt das ist so ein ja wie soll man sagen survival spiel wenn ich mich jetzt nicht irre ich habe es selber noch nicht gemacht das ist so ja das ist also ich habe selber noch nichts angezockt das ist zwei spiel in der quasi in der rauen natur und man muss halt sich auch gegen die mitspieler stellen ja das ist halt bewusst oder rust kann man ja mal anzucken eventuell mache ich das auch mal kommen wir zur nächsten news und zwar betrifft das star wars 7 und zwar star wars 7 neuer rekord mehr als eine milliarde us-dollar nach nur zwölf tagen also ganz ehrlich wahnsinn also es war irgendwo auch nicht zu erwarten anders zu erwarten dass star wars ja ich sag mal die rekorde bricht war ja schon abzusehen und in deutschland näherte sich sogar schon bereits der fünf millionen besucher marke auch wahnsinn also absolut der knaller ich leider hab's noch nicht gesehen ich wollte mir den stress nicht geben weil es wird einfach zu voll sein ich warte da lieber noch bis ein bisschen abgeklungen ist auch wenn ich scharf drauf bin muss ich ehrlich sagen aber naja gut so kommen wir jetzt zur assassin's creed film und jetzt ja michael fassbender hat nie assassin's creed gespielt das ist der der die hauptrolle in spiel in dem film übernehmen nehmen soll sozusagen übernommen hat aber er hat noch nie das spiel gespielt ja ein schelm wäre jetzt böses denken nicht wahr lassen wir uns mal überraschen so die nächste news betrifft the witcher 3 und zwar ist es jetzt möglich dank einer mod statt jerald halt die mädels dort zu spielen und zwar triss jennifer serie oder shani kann man jetzt spielen kleinen nachteil hat die mod die kampfanimationen ändern sich natürlich nicht das bleibt natürlich dabei ja aber es ist eigentlich mal eine ganz nette idee oder gar nicht mal so schlecht kommen wir zur nächsten news die betrifft und zwar ist jetzt eine million konsolendownloads gemeldet worden und was jetzt sehr verwunderlich ist in meinen augen mehr xbox one als pc spieler kann ich nicht so ganz nachvollziehen ich habe den grafikvergleich gesehen und wenn ich ein pc hätte würde ich mir auf jeden fall das für pc holen weil die grafik ist einfach ja detailreicher besser muss man nun mal so sagen das ist halt ehrlich so gut kommen wir noch zu einer arg news und das betrifft ein update und zwar jetzt seit dem ja seit gestern glaube ich ja seit gestern also seit dem ersten 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 gibt es jetzt die möglichkeit sich ein känguru reittier zu holen mal an sich ist es ja ganz cool das hoppelt dann durch die gegend und so weiter das werden wir dann auch machen mein gamepartner und ich werden uns das vier wahrscheinlich dann holen falls es nicht schon mittlerweile geholt hat eventuell im live stream da komme ich auch gleich noch zu das besondere an dem vier ist das kann springen und man kann es zu zweit reiten das heißt einer oben drauf ganz normal wie bei den anderen und der andere im beutel vorne und das ist doch mal eine coole sache da kann man aus dem beutel quasi draußen schießen der total hammer geil also das wird interessant zu holen so kommen wir noch zu einer xbox meldung und zwar xbox waren angeblich abgespecktes und günstiges modell geplant ja das ist ja mittlerweile auch gang und gäbe auch bei playstation und halt xbox und so weiter dass die dann nach einiger zeiten dünnere version sage ich mal jetzt holen mit weniger festplatte und so weiter angeblich so weit sein und es soll angeblich als apple tv alternative beworben werden und deutlich günstiger als der reguläre xbox 1 sein okay schauen wir mal was drauf wird ne gut kommen wir jetzt zum ähm sekunde da muss ich mir hier umschalten ja genau zum ähm flop beziehungsweise fail der woche und zwar ist das eine ganz miese nummer finde ich also das ist eine ganz böse nummer und zwar ein junge aus den usa sollte eigentlich eine playstation 4 unter dem weihnachtsbaum finden stattdessen stattdessen steckte in der verpackung ein holzklotz samt obszöner zeichnungen das ist eine ganz böse nummer und zwar neunjähriger sollte in den usa halt zum weihnachten eine ps4 bekommen okay muss man sich fragen brauchen neunjähriger unbedingt eine ps4 mag ja andere das hingestellt sein aber die nummer an sich ist schon mies und zwar ne halt er packt das da aus und ähm ja findet auf einmal so ein holzklotz ähm und da steht dann auch noch ist dann auch noch was drauf gemalt steht drauf ein obszöner spruch vom cock with balls das heißt ungefähr auch wie soll man sagen ja vom pippo ähm mit bellen und mal um das mal halbwegs human zu übersetzen ähm eine gute sache hat das ganze dann noch die geschockten eltern bekamen dann auch noch gleich eine entschädigung und ähm ja und zwar war das da äh ja der händler target in messe schuschitz messe schuschitz äh ging halt da hin um sich dort zu beschweren und so weiter ist ja klar wer lässt das auf sich sitzen und ähm irgendein verkäufer hat sich da wohl diesen scherz erlaubt und ganz klar äh für mich äh für so ein kind äh ist das äh geht gar nicht ganz klar fehlte roche ganz logisch das geht gar nicht sowas also wer sich so einen schwachsinn überlegt sorry aber der sollte mal diesen holzklotz über den schädel ziehen so kommen wir nun aber zum etwas erfreulichen das ist ähm folgendes äh und zwar in äh den ja in ähm in england äh äh ist ein kleines kind äh ähm ja ins äh ins koma gefallen und ähm äh die ärzte wollten auch schon äh äh quasi die lebenserhaltenden maßnahmen abstellen ähm doch dann ist halt ein wunder geschehen die eltern äh gaben dem kind einen kuss ähm mag es wirklich kaum glauben und auf einmal ähm bemerkten die eltern wie dann das kind wieder äh anfing äh äh die Finger so ein bisschen zu bewegen ähm ähm und äh ja die ärzte begannen natürlich gleich sofort mit mit äh mit den nötigen maßnahmen das kind dann da zu retten und äh es ist wirklich passiert das kind hat äh ist wieder aufgewacht und inzwischen auch wieder äh scheint es wieder absolut voll gesund zu sein für mich ein echtes wunder und ähm ja deswegen ganz klar top der woche ein wunder wahnsinn gibt es halt äh doch noch ähm entschuldigt sowas gibt es halt doch noch finde ich gut so ähm ja was wollte ich jetzt noch sagen ich wollte noch sagen ähm vielleicht einige haben es schon mitbekommen ich streame jetzt mittlerweile auch äh immer montags äh mittwochs und freitags in der regel ähm immer 19 Uhr bis jetzt war es noch in der Testphase hat soweit auch ok geklappt äh gestern war es anno 2070 das war ein bisschen kompliziert zu streamen ähm irgendwie äh ja wollte er es nicht so machen wie ich es wollte hab es dann doch noch hingekriegt leider verspätet der Stream etwas aber ok findet ihr natürlich auch äh immer auf meinem YouTube Kanal die Streams falls ihr nicht äh die Streams live schauen könnt oder wollt äh auf HitboxTV dort bin ich vertreten ähm ja zum nächsten Stream äh diesen Montag werde ich äh noch streamen können den Mittwoch der jetzt kommt äh Moment ich hab Schluck auf ich schau mal kurz aufs Datum genau also dem Montag den 4. wird der nächste Stream kommen äh ich weiß noch nicht genau entweder ARK oder eventuell mach ich auch noch Anno 2070 mal gucken ob Oli Bock hat äh also mein Gelbpartner äh wieder ARK mitzumachen mal gucken ähm Mittwoch der 6. wird auch noch ein Stream kommen ähm allerdings am Freitag den 8. nicht beziehungsweise ich werde ja schon am Donnerstag den 7. ins Krankenhaus müssen äh halt äh ja wie soll ich sagen halt nächste OP steht dann äh leider ähm das heißt ich werde wahrscheinlich auch nicht am Montag den 11. streamen können und den 13. Mittwoch auch nicht ähm muss halt gucken wann ich da wieder rauskomme so schnell wie möglich natürlich ähm das heißt aber auch kein Schluss ich kann nächste Woche am 9. den Samstag auch kein Samstagsvideo machen aber damit der nicht noch trockenen sitzt werde ich das ähm Samstagvideo für den 9. am Mittwoch schon vorbereiten den werde ich noch rausschicken ähm es wird Samstag kommen aber es wird natürlich vielleicht etwas kürzer ausfallen weil ich halt nur die News bis Mittwoch bearbeiten kann ähm mir fehlt halt Donnerstag Freitag äh komplett äh kann ich nicht mit reinnehmen sorry dafür ähm ihr werdet trotzdem weiter äh auch in meiner Abwesenheit Follower Videos bekommen und Anno Videos ähm die werde ich natürlich jetzt äh noch weiter äh fertig bearbeiten ich habe schon gut vorproduziert keine Sorge ja ähm also ihr werdet nicht auf dem trockenen sitzen sag ich mal ähm ansonsten möchte ich nochmal danklos werden halt an meine Abonnenten an meine Zuschauer danke dass es euch gibt danke dass ihr mich abonniert habt vielen dem Dank ähm ja das war's heute wieder mal von mir ähm ich bin heute raus ich wünsche euch noch ein angenehmes Wochenende äh und macht's nicht so wild macht's gut euer Ed von der Gaming.tv Bye 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020